Sorry, wir haben die letzte Aufnahme wieder nicht aufgenommen. Wir haben den Höllerritt verpasst und den Kampf gegen Lumen. Shit. Ein wichtiger Abschnitt, nicht aufgenommen. Schade. Das zweite Mal in dieser Serie. So, wir sind angekommen in der Stadt der Umbras. Ich denke, wir sind hier runter. Oh nein, das nervt mich jetzt ein bisschen. Ich habe, glaube ich, Kapitel einzeln. Vielleicht spiele ich es nachher und füge es hier ein. Ist das jetzt ein Gegner, oder? Nicht wirklich. Das kann ich mir sparen, eh nicht genug. Noch mal 100.000. Oder schnell mal noch etwas einkaufen. Jetzt noch mehr. Äh. So. Schade. Hat die Aufnahme jetzt abgebrochen, irgendwie? Ist das schon zwei Mal passiert? Das ist es! Achtung. Das ist es für sich. Das ist noch einmal ein bisschen schade. Das ist ein bisschen ein bisschen. Das. Also? Was machst du jetzt die Schade? Das stimmt. Ja. Okay. Du kannst die Schade aus. Das stimmt. Was ist denn noch eingetroffen? Ja, schau mal, wie viel das kostet. 9.999.000 Euro. Was kann denn das? Was kann denn das? Ich habe das Gefühl, das ist ein Schöne, das ist ein Schöne. Das Julia, dieses Schöne, das ist ein Schöne. Das ist ein Schöne! So, ich mache noch ein paar Techniken. Schauen wir mal ein paar Techniken an. Okay. Das ist nicht so da. zna mal mit Ich habe ein paar neue Techniken geholt. Kann ich den Schuss aufladen? Wir müssen schnell hinzuschauen, ob es irgendetwas zu sammeln gibt, je logisch. Hä? 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 Nimm das Teil hier. Hä? 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 bling 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 go phem dood 放 Weiter so eine Aufgabe. Vielleicht mal noch etwas Spassiger. Sicher sehr wenig Zeit. Wenn ich sie kommt. Ich habe meinen Einen aufgetestet. Nein. Ich glaube, ich arbeite aber. Es ist ja nur einer, der kommt. Hier sind Hexenzicken. Nein, sie läuft nicht länger. Was haben wir da? Komm, mach, 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 mach. Wow. Oh. Knapper geht nicht mehr. Perfekt. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Das geht auch. Jetzt kommen wir dann an die graben Viecher. Ich habe die Kugel. Ich werde das probieren. Nein, nein, im Moment. Nein, nein, nein. So kommt, greifen. Ah, da kann ich noch streifen. Wow, ja, da kann ich noch nicht sagen. So kommt es ein Kampf. Ja! Ich werde noch etwas ausweichen. Ich werde etwas an den Kiel verloren. Ich werde noch etwas ausweichen. Ich werde etwas an den Kiel verloren. Ich werde wieder am Kiel verloren machen. Ich werde noch einen Kiel verloren. Schau lieber Sieg. Das war's für heute. 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 Das ist's für heute. Das war's für heute. Das sind meine Beschützerliste. Das ist das Amanda. Das ist cool. Ohh. Es geht nicht. Noch mal Schon wieder Wo muss sie hin? Wo ist sie? Wo ist Mami? Ist sie hier? Ja Oi 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 Das ist mehr Hölle als ob wir in der Hölle waren Ja 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 Ich bin der Schüttel mal weggegangen. Boah, das ist ein Klavier. Mit Heim und Fasch. steht